Ja, hallo, mein Name ist Markus Schreiner, ich bin der Papa von Marie und ich mache Schläuche. Nein, nein, das ist nicht so langweilig, wie es jetzt klingt. Unsere Schläuche sind überall versteckt, im Hintergrund. Unsere Schläuche sind da, wenn es mal brenzlig wird. Sie helfen dabei, Menschenleben zu retten. Sie sind da, wenn die Natur geschützt wird. Wenn ihr wieder gesund werdet oder wenn es um gesundes Essen geht. Sie sind da, wenn ihr in ein Flugzeug steigt. Da sorgen sie an Bord für Komfort und Sicherheit. Und sie schaffen sogar Verbindungen über Ländergrenzen hinweg. Meine Kollegen und ich arbeiten hart dafür, dass ihr euch immer auf uns verlassen könnt. Ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft und im Weltraum. Zu jeder Zeit, bei jedem Wetter. Und weil die Anforderungen an einen Schlauch immer größer werden, arbeiten wir heute schon daran, wie so eine Verbindung in der Zukunft aussehen könnte. Mit sechs starken Unternehmensmarken, jede spezialisiert auf eine andere industrielle Anwendung, arbeiten wir weltweit an einem gemeinsamen Ziel. Da zu sein, wenn ihr uns braucht. Ich bin Markus Schreiner und ich arbeite für die Masterflex Group. Ich wäre gar nicht so panisch wie beim letzten Wochen. Danke. Aber das mit dem Unternehmen hättest du dir echt sparen können. Herr Schreiner, Herr Schreiner, Herr Schreiner, Herr Schreiner, Herr Schreiner. Das war der Hammer. Und faszinierend. Und alles. Könnten Sie mir schon mal eine Ausbildungsstelle vormerken? Hannes, du bist so peinlich. Machen wir. Danke. Na komm. Hat der Hannes eigentlich viele Freunde? . Ja. Ja. Vielen Dank.